In diesem Video zeige ich Ihnen die Funktion des P3-Stops anhand eines Beispiel-Trades. Sie sehen hier folgende Marktsituationen. Ein neuer Abwärtstrend hat sich etabliert und ich möchte hier den Trend handeln. Deshalb nutze ich das P2-Ausbruch-Setup mit der automatischen Trend-Stop-Verwaltung. Schauen wir uns nun an, wie der Trend-Stop automatisch vom Agena-Trader gesetzt wird. Nach der Traderöffnung wird das erste Ziel zügig erreicht, die erste Teilposition automatisch verkauft. Die restliche Position ist momentan immer noch im Risiko, da sich noch kein neuer Punkt 3 gebildet hat und somit der Stop noch nicht nachgezogen werden konnte. Der Kurs kommt in die Nähe des P2 und nach dem Überschreiten dieses Punktes setzt der Agena-Trader den Stop automatisch auf den neuen P3. Die Position ist nun aus dem Risiko und der Trade wird weiter nach der Trend-Stop-Verwaltung gemanagt. Den P3-Trend-Stop können Sie im Setup-Escort einstellen. Welche Auswirkungen eine Veränderung dieser Standardeinstellungen hat, erkläre ich Ihnen im Video für Advanced Parameters.